Jo, servus. Grüßt euch. Wir übernachten gerade beim Aufbauen hier in Kartome und Tarp, meinem Lieblingsplatz. Gewitter ist auch schon wieder ein Anmarsch. Super Sache. Also irgendwie ziehe ich das Gewitter immer an die letzte Zeit. Ich habe schon gesehen, dass vielleicht eins kommt, aber bei dem heißen Wetter, da wundert es mich nicht für so lokale Gewitter. Schauen wir mal, was draus wird. So, Prost. Servus. Ja, ein kleines Video machen. Am 25.08. ist großes Buschkrafttreffen und zwar von der Wandern-Outdoor-Buschkraftgruppe aus, also als Veranstaltung markiert. Und ja, es sind noch Leute, die gerne gesehen haben, die mitmachen möchten. Also ihr seid herzlich willkommen. Es ist genug Platz da. Ich blende auch Bilder ein, wie das dort ausschaut. Ein bisschen Wald gibt es auch, allerdings nicht allzu groß. Also wer Hängematten mag, wird vielleicht ein bisschen, wird es ein bisschen knapp werden, wenn viele kommen sollten. Aber generell geht da schon was. Ansonsten ist es eine Wiese. Es sind Zelte erlaubt. Es gibt eine Bar. Toiletten sind da. Ja, eigentlich alles, was man so haben möchte. Und das schönste ist eine Feuerstelle, die ist auch überdacht. Okay, ist vielleicht nicht ganz so Buschkraftig, aber es geht ja nur darum, dass man sich mal kennenlernt und einfach ein bisschen Spaß hat. Das sind also, das ist von Samstag auf Sonntag. Anreise samstags, wäre dann so ab zwölf ungefähr, kann man da sein. Ja, wenn man halt gehen will am Sonntag, auch vielleicht um zwölf sowas, vielleicht das Feld räumen oder so. Da ist nicht so ein direkter Zwang. Es gibt Feuerholz. Tja, es gibt auch eine Unkostenpauschale, eine kleine. Das sind, kommt auch an. Also gesamt sind es 50 Euro. Und es wird dann auf die Leute aufgeteilt. Wir haben ja schon ungefähr zehn, die dabei sind. Das heißt, dass in dem Fall wären es fünf Euro für jeden. Unkostenpauschale, da ist das Holz dabei. Und man kann sich auch noch Getränke kaufen. Es fehlt wirklich an nichts. Nur Essen müsst ihr selber mitbringen. Und gute Laune natürlich. Also, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei meiner Gruppe an. Ich blende hier nochmal den Link ein und meldet euch dann bei der Veranstaltung einfach an. Die Adresse und so weiter kriegt sie dann. Ah ja, das möchte ich vielleicht schon sagen. Das ist in Amberg, in Bayern. Für den einen oder anderen vielleicht unerreichbar weit. Ich selber fahre auch zwei Stunden. Kann man aushalten. Muss man durch. Ja, ich mache jetzt noch eine Übernachtung und hoffe, wir sehen uns dann dort in Amberg am 25.8. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.